Ihr könnt es ja schon im Titel lesen. Meine Schwester und ich haben hier so ein großes Domino gebaut. Und das Coolste an diesem Domino kann ich euch mal hier zeigen. Das ist dieses Auto, das baut von alleine diese Dominosteine. Und wenn ich das jetzt mal kurz anmache, guckt euch das an. Im genau perfekten Abstand. Dann wird das auch nochmal hierin gebaut. Das können wir dann erstmal kurz so laufen lassen. Das finde ich wirklich mega cool. So, ich mache das mal wieder aus. Und meine Schwester hat jetzt hier die Ehre, das Domino anzudenken. Emi, nicht hier. Dort. Es geht los. Oh, schade, Leute. Ich tippe es nochmal an. Das Flugzeug ist auch losgegangen. Und hier noch. Es war zwar ein kurzes Domino, das hat leider auch nicht so richtig geklappt. Aber, naja, vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Tschüss. Tschüss.